Der Winter war mit aller Macht zurückgekehrt. Das hielt Interessierte nicht ab, sich am 25. Februar um 18 Uhr an der Stube des Lichtensteiner Nachtwächters Christian Predschneider einzufinden. Der hatte zu einer besonderen Führung eingeladen. Heute soll eigentlich, leider schlechtes Wetter, mal ein ganz anderer Rundgang stattfinden, nämlich ein Rundgang des Nachtwächters mit Kindern. Ein etwas kindgerechter Rundgang, der natürlich einmal auf die Geschichte der Stadt verweisen wird. Wir wollen ein paar historische Örtlichkeiten gehen und die Aufgaben des Nachtwächters erläutern. Und ich bin sicher, das waren so viele Aufgaben, die der Nachtwächter zu erledigen hat. Da wird er garantiert heute Hilfe von den Kindern brauchen. Was vielleicht sogar bis dahin geht, dass wir noch einen kleinen Nachwuchs- oder Hilfs-Nachtwächter mit rekrutieren werden. Und vielleicht auch noch zwei Gassenknäste, die mit Stöcken und kleinen Laternen die Truppe begleiten und schauen, dass alle schön zusammenbleiben. Gesagt, getan. Freiwillige fanden sich sofort, die den Nachtwächter an dem kalten, verschneiden Winterabend unterstützen wollten. Zumal es nicht an Kindern mangelte. Die hatten ihre Eltern oder Großeltern zu dem besonderen Spaziergang durch die Stadt mitgebracht. Naja, der Nachtwächter macht es ja nun bald 15 Jahre hier in Lichtenstein. Und wir haben schon Rundgänge gemacht mit Kindern. Einmal mit Kindergärten, auch mit Schulklassen. Erst vor wenigen Tagen ein Ferienangebot der Grundschule Heinrich von Gleist in Lichtenstein. Dann sind wir eine Runde durch die Stadt gelaufen. Aber sowas jetzt, was Öffentliches direkt und wirklich auf die Kinder auch so eingehend und wo jeder kommen kann, das haben wir bisher noch nicht gehabt. Die kleinen und auch großen Spaziergänger erlebten an dem Abend eine ganze Menge. Ich denke heute, und ich habe es schon hier liegen, die alten Schlüssel von den Stadttoren hier, da werden bestimmt so ein kleiner Hilfs-Nachtwächter oder ein Knecht. Wir werden also an die Örtlichkeiten gehen, wo früher die Stadttore waren und dort schauen, dass alle verschlossen sind. Oder auch, was musste der Nachtwächter tun, wenn ein Gewitter im Anmarsch war? Ja, da gab es besonderes Warnen damals mit dieser Gewitterratsche. Und das werden wir heute mal probieren und vor Gewitter warnen. Und ja, natürlich auch der Nachtwächter hatte ja Polizeigewalt. Wir werden also um das alte Gefängnis herumschleichen, einmal schauen, dass alle Türen und Fenster verschlossen sind. Und ja, und wenn wir noch irgendwelche zwielichtigen Gestalten treffen, dann kann es auch jederzeit passieren, dass man jemanden mal festnehmen muss. Wie immer gab es viel Wissenswertes zur Stadtgeschichte und dem Gebaren von Arno dazu mal. Und wir haben auch schon durch ein paar Fenster geschaut, dass nirgendwo noch Feuer oder Licht brennt. Denn, warum musste denn das alles ausgelöscht sein früher? Warum durfte denn nachts kein Licht brennen? Ja, du? Weil sonst Feuer entstehen könnte. Konnte Feuer entstehen. Und das war das Schlimmste, was es früher gab. Weil die Häuser waren früher meist aus? Holz. Aus Holz, ganz genau. Und Holz brennt natürlich besser als Stein, ne? Ja. Ja, und in Lichtenstein gab es viele, viele Feuer und viele Brände. Und einer war ganz, ganz schlimm. Und wir gehen dann nochmal dort vorbei, wo damals dieses Feuer entstanden ist. Und ich sage euch auch, warum es dort entstanden ist. Besonders die Erwachsenen, denen sage ich so richtig. Obacht gab der Nachtwächter zudem auf die, die sich nachts herumtrieben. Die vielleicht betrunken waren oder die beim Nachbarn aus dem Hasenstall einen Hase geklaut hatten und wollten den dann selber schön braten zu Hause. Und wenn da der Nachtwächter so jemand ertappt hat, dann musste er den schon festnehmen und ins Gefängnis bringen. Und dazu brauchte er eins auf alle Fälle, nämlich dieses Gerät hier. Sieht mächtig, gewaltig, gefährlich aus. Eine helle Barte. Komischer Name. Manche sagen auch Halmbarte. Halm ist das hier, wie ein Strohhalm, ne? Zum Angreifen. Und das hier oben, die Barte, kommt von dem Wort Beil. Damit konnte man hacken. Damit konnte man ziehen. Und? Deschen. Deschen. Du willst was sagen? Dann sag's. Ist das wirklich echt? Natürlich, da ist sogar noch ein bisschen Blut dran, vom letzten Mal. Da habe ich nämlich jemanden schön hinten in den Hintern reingepiekt. Ja, da wollte er absolut nicht laufen. Und dann gibt es aber noch was, wenn wir die Leute, wenn die gar nicht laufen wollen, von allein, da wurden die so richtig mal. Hast du Kraft? Kannst du das mal halten? Ja, wirklich halten. Bitte nicht umfallen lassen. Ja. Du musst mir jetzt mal helfen. Dir zeige ich jetzt mal was. Oh. Ist doch aufgehängt. Nein, nicht aufgehängt. Da war der Henker dafür verantwortlich. Nein, man konnte hier damit was ganz anders machen. Wo ist denn dein, wo ist denn? Ja, dein Papa. Ist da irgendwo? Ruf nochmal. Papa! Komm mal her, Papa. Wir probieren es jetzt mal mit, Papa. Papa, tu mal deine Hände zusammen. So. Guck. Und dann machen wir das so. Und jetzt kannst du es hier nehmen und jetzt kannst du es abführen. Wir führen den jetzt einfach mal ab bis zum Stadtgefängnis. Und wenn die noch was machen und die Tür auf ist, dann liefern die mal ab. Mal gucken mal. Nein. Aber bis zum Gefängnis gehen wir trotzdem. Ja, aber beim Gefängnis gleich in die Mitte los. Da lassen wir ihn wieder frei. Gut. Am Stadtgefängnis wurde der Papa wieder freigelassen. Mal sehen, ob wir es nochmal brauchen. Aber vielleicht brauchen wir es auch nicht. So, schau dir mal, sind alle Fenster zu hier? Ja. Genau. Mama. Das ist schon mal wichtig. Es war nicht mehr das Original. Nach 400 Jahren als Gefängnis brannte das ehemalige Haus beim großen Stadtbrand 1771 nieder. Da halb auch nicht der Feuergraben, in dem seinerzeit Wasser zum Löschen gespeichert wurde. Gibt es heute nicht mehr. Aber unten am Röthlitzbach sieht man noch, wo dieser Feuergraben dann in den Röthlitzbach eingemindet hat. Aber das hat natürlich auch nur funktioniert mit dem Feuergraben. Wenn genug Wasser in diesem Graben war und in dem Teich war, im Sommer, wenn es sehr warm war, so wie die letzten Jahre, oder im Winter, wenn alles zugefroren war, das sah schon ganz anders aus. So ein Rundgang machte hungrig. Daran hatten der Nachtwächter und seine Frau gedacht, so dass an die kleinen Brote verteilt werden konnten. Eine kurze Rast, ehe es weiterging. Die nächste Station war der Bereich Laurentiuskirche, wo man erfuhr, wie sich einst mit dem großen Stadtbrand zutrug. Ja, da hier hinter dem Busch da drüben, da war es, ne? War in einer kalten Winternacht im März 1771. Ja, und für die Erwachsenen nochmal, dass ihr sowas nicht tut. Da hat eben ein liederliches Weibsbild, da stand nicht von mir der Ausdruck, so steht es in der Chronik. Die Stadt hat in dieser Nacht, am 3. März 1771, nachts halb eins, Männerbesuch im Holzschuppen empfangen. Und dann hat es angefangen zu brennen, die Stadt. Von hier weg hinunter, die Kirche ist mit abgebrannt und sogar die Glocken im Turm haben begonnen zu schmelzen. So eine Hitze hat das Feuer entwickelt. Die Schule ist abgebrannt, das Rathaus ist abgebrannt, das Gefängnis ist abgebrannt. Ungefähr 100 Häuser. Nicht nur liederliches Weibsvolk kann Brände verursachen, sondern ebenso Blitzeinschlag. Eine Aufgabe des Nachtwächters war seinerzeit, vor Gewitter zu warnen. Dann ist er so durch die Straßen gelaufen und alle haben genau gewusst, aha, Gewitter ist im Anmarsch. Und da musste man wieder schauen, dass auch überall genug Wasser da war, eventuell zum Löschen. Und deshalb musste in jedem Haus immer, Tag und auch Nacht, immer ein Eimer stehen, der immer mit Wasser gefüllt war. Und damit man eben sofort löschen konnte. Ja, und hier auf dem Marktplatz, auf dem Altmarkt, das war früher das Zentrum der Stadt. Hier kamen die Leute her, die haben sich unterhalten, die haben sie auch getratscht und geschnappert, Neuigkeiten ausgetauscht. Hier gab es einen Brunnen, aber das war kein Trinkwasser. Es gab noch einen Trog daneben, wo auch Trinkwasser ankam, aus dem Wald um. Die Röhren, wo das Wasser kam, die waren früher aus Holz, wie so kleine Baumstämme. Die waren inne durchgebohrt und da lief das Wasser in diesen Trog. Und da musste einer immer aufpassen, dass das Wasser immer lief, dass das nicht verstöpft war durch Blätter oder auch im Winter, dass es nicht eingefroren war. Das war der Röhrenmeister, der musste darauf achten. Heute haben die Menschen fließend Wasser in ihren Häusern, zum Beispiel für die Toilettenspülung. Toiletten, ein Luxus, wenn man bedenkt, wie es früher war. Bei den Menschen in ihren Holzhäusern, wenn sie mal auf die Toilette mussten, da gab es so ein kleines Häuschen, meist aus Holz, so ein bisschen viereckig. Das war irgendwie im Hof an einer Ecke, ne, gab es keine Heizung, auch keine Wasserspülung. Da konnte man sich hinhocken und ganz schnell wieder fort, denn wenn es zu kalt war im Winter, konntest du fast festfrieren. Und nachts, da ist keiner in dieses Häuschen gegangen. Nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen. Was haben sie denn nachts gemacht, wenn sie mal mussten? Die sind auf den Nachttopp gegangen, ganz genau. Und der stand meist unter dem Bett, ne. Und manchmal, das war zwar streng verboten, das haben aber viele gemacht, haben dann früh, wenn sie munter wurden, mal fix das Fenster aufgemacht und geguckt, dass unten gerade keiner vorbeilief, haben den Nachttopf genommen und, wusch, aus dem Fenster raus. Und da lag der Dreck wieder auf der Straße. Das sah also früher ganz schlimm aus auf den Straßen. Manche haben sich sogar noch Holzsohlen unter die Schuhe gebunden, dass sie mit ihren Schuhen nicht in den Schlamm und in den Dreck laufen müssen. Auf dem Altmarkt fehlte auch nicht der Prangerstein. Wenn irgendein Dieb erwischt wurde oder einer, der einen anderen beschimpft hat, dann wurdest du dort angehängt und jeder, der vorbeikam, konnte dich mal so richtig beschimpfen, manchmal auch bespucken oder auch mit irgendwas bewerfen. 1605, ein 14-Jähriger, der Peter Schellhammer, unten auf dem Scheller hat er gewohnt, 14 Tage gefänglich gehalten, das heißt zwei Wochen im Gefängnis. Und anschließend an diesen Stein geschlossen und gebändert. Also mit einem Eisenband festgemacht. Und warum? In der Chronik steht, weil er sich seinen Eltern gegenüber widersetzlich gezeigt. Der 14-Jährige Peter Schellhammer. Er hat nicht so gewollt, wie die Eltern wollten. Da ist der Vater zum Stadtvogt, er hat ihn geholt, 14 Tage Gefängnis und anschließend an den Stein. Da habt ihr es heute besser. Es waren noch viele Geschichten mehr, die der Nachtwächter erzählte und die das unangenehme Winterwetter vergessen machten. Der Nachtwächter hat sie extra deshalb eingeladen heute bei diesem Wetter, weil der Nachtwächter ja auch bei jedem Wetter raus musste früher. Egal, was für Wetter war, ob es da geschneit hat oder Gewitter war oder Blitz und Donner, der Nachtwächter war immer unterwegs. Unterwegs ist Christian Britschneider auch als Nachtwächter in Zwickau. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Unterwegs ist Christian Britschneider auch als Nachtwächter in Zwickau. Unterwegs ist Christian Britschneider auch als Nachtwächter in Zwickau.